Herzlich willkommen bei ProAdvice Steuerberatung im Business Center. Unsere Kunden sind vorwiegend KMUs und stammen aus den Bereichen Handel, Gewerbe, Dienstleistung und freie Berufe. Insbesondere betreuen wir Familienunternehmen. Als inhabergeführte, mittelgroße Steuerberatungskanzlei bin ich der Hauptansprechpartner unserer Kunden. Unterstützt werde ich durch ein langjähriges, bestens ausgebildetes Mitarbeiterinnen-Team. Unsere Kernkompetenz beginnt mit der Übernahme der steuerlichen Vertretung, Durchführung von Buchhaltungen und Lohnverrechnungen, Erstellen von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. Insbesondere beraten wir unsere Kunden nicht nur in steuerrechtlichen, sondern auch in arbeitsrechtlichen Fragen. Darüber hinaus stellt die betriebswirtschaftliche Beratung einen Schwerpunkt unserer Tätigkeit dar. Wir betreuen unsere Kunden bei der Verbesserung ihres Ratings, bei der Reduktion ihrer Finanzierungskosten und in der Vermögensveranlagung. Ein Spezialgebiet hierbei ist die Veranlagung in Immobilien und deren Verwaltung. Einzigartig macht uns die Kombination mit unserem Business Center. Kunden können gleich direkt bei uns einen Bürostandort eröffnen. Damit haben sie gleich ihren Steuerberater im Haus. Steuerberatung heißt für uns, unsere Kunden rechtzeitig zu informieren und für sie die bestmögliche Lösung zu entwickeln. Wir steuern ihren Erfolg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017